Wir haben eine Bundeswehr, die grundsätzlich toll ist, aber das Schlimme ist, dass sie 25 Jahre runtergespart wurde. Das heißt, sie ist nicht so gut ausgerüstet, wie sie sein müsste, um Deutschland und Europa zu verteidigen. Und angesichts der außenpolitischen Situation in Europa und in der Welt ist es dringend erforderlich. Unsere Soldatinnen und Soldaten haben das Recht, die beste Ausrüstung zu haben, das beste Material, weil sie in ihrem Beruf, der nicht gewöhnlich ist, für uns ihren Kopf hinhalten, damit wir in Frieden und Freiheit leben können.